So, willkommen zurück zu League of Legends. Heute wieder mit dabei, der Out of Service. Hi. Und, äh, ja, wir haben hier eine kleine... Premiere, Premiere. Kann man so sagen, ja, ich, äh, spiele zumindest das erste Mal live im Jungle. Ähm. Ja, not failing. Schauen wir mal. Ja, not failing. Also, ich muss dazu sagen, ich hab, äh, aus einer unbekannten Laune heraus heute mal angefangen. Hab mir mal Amumu gekauft und mal ein bisschen an Masteries und Runen-Seite erstellt und hab mal eine Runde gejungelt. Das lief ganz gut. Aber das kann natürlich auch, äh, Anfängerglück gewesen sein. Also, schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Aber ich mein, selbst, wenn ich verkack, wir haben ja eine kompetente Lux in der Mitte. Oh. Probier's. Gegen wen muss man? Ich hab noch keine Ahnung, ich denke mal, A-Z hier. A-Z. Oder Ezreal. Die haben, die haben beides Smite. Die haben beides Smite dabei, ja. Komischerweise. Und dann, äh, nee, egal. Ob das Ezreal oder A-Z hier ist bei dir scheiße. Ja. Boah, alter. Ich hab vorhin, ich hab vorhin mal einen Aram gemacht und hab Lux bekommen. Ich hab so, ich bin so wenig draufgegangen. Als ich, als ich das erste Mal draufgegangen bin, hatte ich, glaube ich, 6500 Gold. Ja, du kannst ja mal hinten bleiben. Ja. Oder du hast dein Schild noch. Aram ist, Aram ist da schon heftig mit nix. Das stimmt allerdings. So, ich hab natürlich keine Ahnung, ob das irgendwie vernünftig ist, so wie ich das hier mach. Von der Reihenfolge her. Ja, aber ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Und dann, mein Gott. Nur ein bisschen, einigermaßen Ruhe den Hasch. Soll ich die ganze Jungle einmal durchbringen, bevor Backpush. Mhm. Ich lass gerne die, eine Gruppe da aus, mit den 4 Monstern. Okay. Und guck, dass ich einen Red Buff mach. Wenn, wenn's schaffst, heißt's. Wenn's schaffst, ja. Vorhin hab ich ihn zum Beispiel nicht geschafft. Da hab ich die 4, also das Camp mit den 4 Monstern gemacht und da hab ich einen Red Buff versucht. Aber das war nix. Was bringt mir denn mehr EP, die Monster oder der Red Buff? Äh, ich weiß jetzt gar nicht, aber Red Buff hast du einfach an die Red Buff. Zum Weidemachen dann. Hm, das stimmt. Ja, dann mach jetzt einfach mal einen Red Buff. Ja, doch, lübt. Lübt. Mit dem Blue geht das eigentlich ganz easy. Ja, der Momo auch, weil das... sollte eigentlich, denk ich, sein. Ja. Naja, ich hab schon ordentlich Runen, Masteries, hab ich mir ein bisschen durchgelesen. Moba-Fire. Mal geguckt, wie's so läuft. Ja, das ist nicht, das ist nicht so... Das ist nicht so der Eck, das ist einfach nur, bis man reinkommt. Ja. Und's Ganken, das musst du halt üben. Jungeln selber ist mittlerweile... Ja, das Jungeln ist auch nicht das Problem, aber... Die haben ja auch erst den Jungle umgestellt, das ist kein Problem, den neuen Jungle zu machen. Okay, das funktioniert. So, ich geh den Jungle einmal durch. Geh schnell back. Ist das gleich Level 6 oder ich bin jetzt bald Level 6 und Ezreal und ich hab uns noch nicht... nicht... nicht einen Schaden gemacht, gegenseitig. Oh ja, jetzt hab ich den ersten Schaden gemacht, weil er in meinen E geracht ist. Wow! Ja, ich hab nicht so an die viel zu tun, sieht alles irgendwie ziemlich gepusht aus. Vielleicht mal Botline vorbeischauen. Ich warte jetzt auch noch... ...dass ich Level 6 bin und dann geh ich mal weg und dann kann man mal... ...was mein Teleport zuspricht. Was hat mir ich Farm 34? Äh, wie lang braucht denn der Blue-Buff, bis der wieder da ist? Äh, das siehst du, du hast ihn nicht selber gegillt. Wo sehe ich das? Wo sehe ich das? Ach da! Ne, Quatsch! Wo sehe ich das bitte? Ja! Da, wo du auch beim Dragon siehst, rechts und links der Nebert. Auf der rechten Seite. Red-Buff in 2,57 und der Blue-Buff in 2,10 Minuten. Ne, seh ich nicht. Hä? Bei mir hab ich... Ne, ich hab sowas nicht. Hast du... Hast du irgendeine Einstellung, die ich nicht aktiviert hab? LOL! Ich hab keinen Mana. Den kriegsch. Zieh dich nochmal hin und gut ist. Ha! Nice! Ähm... Ich weiß nicht, ob das eine Einstellung ist, aber wenn du... Tab drückst, damit du... Das Ranking und so siehst. Ist denn so? Ja? Ja, da... Ist doch dann oben... Ach, da oben! Okay! Links und rechts sie gemacht. Ja, links und rechts davon. Ja, ich hab aber links und rechts geguckt und nicht oben. Ah! Flasht er sich weg. Schade. Okay, blaue Wächter ist es dann. Sind Minuten... Ist halt in einer Minute... Ähm... Ein bisschen mehr Mana. So... Suchen wir uns Freunde! Amomo richtig geil. Ja... Ja, ich hab auch mal ein bisschen im Internet gelesen, was man so alles spielen könnte, weil... Äh... Ich hab eigentlich gedacht, vielleicht Warwick, aber... Den finde ich zum Ganken jetzt vor allem im Early-Game ein bisschen schwierig, weil... eben kein Start. Ja, der ist kacke. Early. Ich wollte halt dann... Wenn dann schon irgendwas haben, wo ich... Wenigstens bisschen... Amomo ist da gut, ja. Amomo ist da gut, ja. CC hab, ja. Ding ist auch noch... Vielleicht noch was... The Foley Bear. The Foley Bear? Mhm. Ja, das war ein Fail-Gank. Seh schon. Hab aber spät reagiert. Ah, nice Rengar. Da war aber knapp. So, jetzt hab ich Ult. Jetzt geh ich nochmal Bot-Ganken. Ich auch. Jetzt war sie gerade am Wo. Jetzt hat sie gerade gewordet, ey. Egal. Hier hintenrum, hintenrum. Nee, jetzt ist schon zu spät. Geh halt ich hintenrum. Ja. Mach du. LOL! ALTE! Oh, man. Genau in dem Moment... Springt sie, oder was? Ey, das ist ja wohl... Nein, ich hab kein Mana für Ulti. Ja, das sucks. Oh, ich hab... Ich hatte... Ich hatte 94, oder so. Oh, um Gottes Willen. Ja, Freakill, ja. Hau mal den weg, da. Ich darf nicht so viel Farm holen, der Mongo. Das ist ein Schulter hier auf. Ha! Oh, oh! Zum Glück hab ich nicht weiter gechased. Komm, ey. Ja. F-10 Tower. Aua! Ist auch auf der Range ohne Ende, der Mongo. Ja, ich weiss schon. Ich kann mal den einen Minion da, danach, der mal weg ist. Was war in einem, hm? Da ist einer alleine. LOL! Na du blöder Wichser. Mann, Abgang. Jetzt hat er den Redbub, Alter. Ich kann mich gleich wieder hinziehen. Ah, fuck! Wo läuft er denn hin? Hahaha. Aber... Der Rengar kommt auch nicht, um zu helfen, oder? Der hat das nicht kapiert. Nicht ums Verrecken. Jetzt kommt er. Alter. Der Mauna. Boah! Ist der low! Alle fübersch low. Na? Geh drauf. Jetzt killst ihn aber auch. Was?! Alter! Was?! Oh, mein Autohit war doch noch dran. Ja, eigentlich schon. Der müsste doch hinterher fliegen. LOL! Was?! Ulti. Nicht aufgepasst. Wo hat der... Wo hat der... Hat der nach oben geultet, oder in unsere Base? Keine Ahnung. Ich denke, er war eher nach oben. Weil ich war nämlich schon in unsere... Das ist doch ein Witz. Ach komm, go fuck yourself, man. Loll! Hast du da eingeklemmt? Weiß nicht, ich... Ich hatte ein Auto jetzt gemacht, und ich hab geklickt, und es ist schon nichts passiert. Loll? Bisschen komisch. Ja, ja. Kommt das Rengar. Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Ich... Ja, ich konnte auf jeden Fall nicht laufen. Hä, wer pinkt denn da? Weiß ich nicht. Ach, da hab ich dann schon so viel Lack. Ja, das ist abartig. Also drei oder vier Mal... Solo weggekommen. Das, wo der S mich gerade gekillt hat, das war auch... Ich stand halt schon in so... Ich... Anscheinend Replay nochmal angucken. Replay? Nimmst du gerade auf? Ja, aber ich hab das selber nicht drauf gehabt, wie er mich gekillt hat. Ich war nämlich gerade in der Base, hab gesehen, wie ich... Ja, aber du ziehst auf der Karte, wie er... Wo die Ulti fliegt. Stimmt. Das ist ein guter Punkt. Weil ich bin halt wirklich tot in der Base. Quasi... Nee, also... Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Wir sehen uns die Oh, no, survive, survive, survive. Okay, er hat's überlebt. Ups. Oh, der hat ja keine Mana, das kann er nicht. Wow, actually, der war ja heftig. Richtig furcht, mein Flößer. Heh, was hat er denn gemacht? Ich hab auch ein paar Hits gegeben, bevor ich weg bin. Wow. Hat irgendwie nichts gebacken. Arschlach. Nice. Sehr nice. Sehr schön. Ich bin hier. 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 Wir haben den Tauri unten auch noch ein bisschen geklopft. Graves ist auch wieder da. Ich komme mal. in der Mitte Hallo Toll Nice Sehr nice Auch wenig Auch mal 2 kills Ja das kannst du teuer noch möglich machen Auch nicht fehlen AHHHHH Der kommt auch noch Drinnen auch Mit den 2 Hansa von oben Alter Alter Der Damage Ja krass Ich war es nicht Noll Ja das läuft mir voll voll die Schnauze Und ich flash noch eh Hehehe Nice Äh Das Dingens Dann Das Dingens Und das Dingens So Schön dass ich so viel Gold gehabt So ungewohnt So ein wenig drauf geht Spiel doch mit mir Ich bin Ich bin Fah Ich bin der rengad rückt richtig heftig oh man dann killt er noch die das zieht er noch die küsse alter so können wir wieder im jungle euer team hat einen turm zerstört ich kann keinen zu interessieren was ich habe ich einen blue buff Ja Oh I'm coming Gut Let's see Bitte schön LOL Der war für die nichts mehr zum holen Ja ich würde mal sagen Sehr erfolgreich gejungelt, wir haben natürlich nur wegen mir gewonnen Naja aber das ist eigentlich ganz okay, lief ganz gut, sag ich jetzt mal Jo Gut dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal, tschüss Sehr gut